Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich mach gar nichts. Der Arm von dem Latino bewegt sich und dadurch bewegt sich auch der Cursor. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil die Maus gar nicht bei ihm wirklich da ist. Guten Morgen! Willkommen zurück zum nächsten Fallout-Teil. Ich wollte jetzt, ich hab mich ein bisschen um die Sachen gekümmert, wie immer, und mehr hab ich nicht gemacht, und damit ich nichts erlebe ohne euch, hab ich mir gedacht, wir suchen jetzt zusammen wir suchen jetzt zusammen diese eine Wackelpudding und ich weiß nicht mehr ganz genau, wo die war. Aber falls irgendwas passiert, seid ihr dabei. Oh fuck! Also hier, das war's schon mal nicht, aber wir können schon mal ein paar umbringen. Wenn wir, wie viele MF-Zellen wir haben. Das heißt, wow! Oh mein Gott! Hat aber gut gleich angefangen. Piu! Mit einem Mal! Super Mutanten-Biest! Super Mutanten-Biest! Ja, keine Ahnung, was das unterschiedlich ist, aber scheinbar nicht sehr stark. So, ähm... Nein, hier waren die... Ich weiß, wo... was das hier war, aber... What the fuck? Kümmerst du dich drum? Ich will mal gucken, wo wir hier sind. Thanks! Du bist ein Schatz. So! Nö! Auf jeden Fall, wir waren hier schon, ja, aber... Was genau? Hä? Wieso kann ich... Ah, der kann. Hm. Juhu! Ah, jetzt haben wir gar nicht hingeguckt. Trotzdem ist es schön. Ja, dann komm, dann gehen wir da jetzt hin. Guck mal, wir sehen es doch schon. Irgendwo hier. Oh, der Koffer. Da haben wir noch starke Zeritten drin. Hä? Wo sind wir denn hier? Hast du mich? Hat er mich wohl? Keine Ahnung. Ich muss ihn umbringen, weil... Ah. Sonst können wir uns nicht... Können wir noch woanders hin. Ja, komm, komm. Machen wir. Aber nochmal getroffen, das ist doch schön. Fiu. So, alle weg. Dann können wir jetzt... Können wir wieder zurück. Ähm, weil hier war das nicht. Ich weiß, das war irgendwo... Wo Häuser standen. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das war. So ärgerlich. Bibliothek war es nicht. Alexandria Arms. Wie sieht denn so ein... War das bei Gradyj? Ich muss nochmal nachgucken. Ich weiß es nicht. Das könnte auch hier drüben gewesen sein. Hier waren wir überall noch nicht. Wollen wir hier mal hin vielleicht? Da ist nämlich... Vault-Tag Hauptsitz. Da wollen wir uns dieses hin. Das heißt, wir gehen zu Friendship Heights. Woodburg. Und... Gehen wir mal... Ich will ja alles abbesuchen. Alles, wo wir noch nicht waren. Und das machen. Ah, okay. Du bist das. Bitteschön. Komm, ich hab's das. Nochmal. Ah, ich erinnere mich. Doch. Ach komm, Latino. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Au. Ah, Mann. Jetzt muss ich hier rum, oder was? Ich glaube, ich brauche keinen Bock drauf. Ich will doch eigentlich nur gucken. Wo ich hier bin. Komm, komm, komm. Du schaffst es. Ich schieße noch einmal. Was macht eigentlich mein Gott-Meat eigentlich gerade? Oh. Irgendwas ist explodiert. Ich hoffe, mein Hund geht's gut. So, ähm... Waren hier nicht vorher mal Talen-Leute? Und wo sind die eigentlich gerade? Naja, sind die weniger geworden, weil ich sie auseinandergenommen habe? Das wäre natürlich cool. So, dann gucken wir mal weiter. Das ist deshalb. Die Gegner nerven eigentlich, wenn man... Guter Hund. Ich weiß nicht, du hast dich, denke ich, mal um einen gekümmert. Ja. Sehr schön. Warum geht's nicht automatisch gleich wieder weg? Immer machen sie irgendwas falsch. Ja, hier war ich schon. Aber sie haben neue Sachen hingelegt. Das ist nett. Aber man sieht, dass ich... Dass sie das nicht aufgefüllt haben. Oh. Was soll's? Nee. Ich frage mich, nach was die Raiders gehen. Was für eine Besinnung haben die? In welche Richtung, meine ich? Eher Enklave oder eher Rebellen? Hm. Was soll's? Oh. Beides gut zu gebrauchen. Hier war ich schon mal Dogmeat. Ach ja, das war nach Zeiten. Aber jetzt ist es egal. Denn jetzt möchte ich eigentlich nur noch... Äh... Warnersinn. Hast du den umgebracht hier? Sehr gut. Gut gemacht. Und der hat eine Splittergranate. Das ist immer gut. Wollen wir alle haben. Ähm. Hast du noch irgendwas umgebracht? Irgendwen, meine ich? Da hinten, glaube ich, waren wir noch nicht. Wohin geht's denn da? Ich muss jetzt sowieso gucken, welche Richtung ich möchte. Aber das... Höhle von Rock Creek. Das sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen. Na? Vorsicht. Ja. Juhu. Ach, das andere explodiert gar nicht. Lame. Na komm. Die Waffe, die ich jetzt habe, ist nicht so stark. Aber ich hatte so viele MF und ich hätte auch die Mikrowelle mitnehmen können. Aber, äh... Das... Ich habe doch lieber ein paar Laser, die mir voll die Sicht versperren. Scheinbar. Kommt! Keine Ahnung, was jetzt war. Ich bin jetzt, habe ich ein paar Sachen explodieren lassen. Witzig. Super Mutantenlord. Die kämpfen gegen irgendjemanden. Ich weiß aber nicht gegen was. Aber wir können ja mal... Nicht den Gatling Laser, den... Den Arm weghauen. Hehehehehe. Oh. Habe ich überhaupt? Hallo? Egal. Machen wir das anders. Ja, was ich nämlich vorhabe, ist eigentlich... Oh. Wir holen uns eine... Wir machen das mit einer Nunko-Granate. Ich hoffe aber nicht genug. Warte, warte, warte. Aber gleich. Nein! Jetzt bist du ja wieder da. Ach, Hund. Jetzt... Jetzt kann ich doch nicht mehr... Was mache ich denn jetzt? Nimm das Sturmgewehr und helf dir. Schön. Weg. Ist er schon tot? Ne. Er wegläuft. Warte. Wow. Im Springen. Die haben gegen irgendjemanden gekämpft. So. Heilung. Und... Weiter geht's. Immer schön. Schon die Stresse rein. Das sind zwei Lorde. Lord, Lords. Und ziemlich feige, beide. Schaffst du es? Haha. Gut, gut, gut. Kümmerst du dich mal an auch noch? Wir haben aufgebaut, das Wasser, Elektro-Later. Ich habe einen Gatling-Laser. Hey, das ist super. Das ist doch für Rache. Wer kämpft denn da noch? Ist da noch jemand gewesen? Hm. War nur ein Fehler. Yay. Nimm uns wieder alles. Zwei Lords umgebracht. Wir sind so imba. Da. Dann können wir Rache mit Heil machen. Warte. Dann machen wir doch lieber gleich mal gleich Rache Heil. Okay. Cool. Cool, 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 cool. Warum nicht? Plus 45. Und plus 18. Warum nicht? Oh mein Gott. Rache ist wieder voll auf. Rache. Rache für alle, die, äh, äh, toll sind. Ich muss dich jetzt einmal loben, weil du bist so mutig. Heftig. Gegen Lords einfach mal angetreten. Jo, und gegen wen haben die gekämpft? Gegen ein, nee, gegen mehrere Raider, die so Mittel haben. Ah, auch Raketen. Da könnte ich mal gucken, weil es könnte sein. Was ist so das? Hab ich das nicht mitgenommen? Raketenwerfer, hier. Na, okay, würde das sein. Tschüss. Bam. Okay, wir wollen nicht Assi werden hier, ne? Wollen nicht hier Arschlöcher werden alleine. Gucken wir mal. Aber hier waren wir noch nicht. Cool, 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 cool. Ist das ein Spielplatz da hinten oder einfach nur eine Ruine? Oder gar nichts, wie immer. Gehen wir nochmal hier zwischen den Häusern. Das ist nämlich cool, das mag ich. Zwischen Häusern so rumlaufen. Oder waren wir hier doch schon? Wir werden es ja gleich hier sehen, wenn wir irgendwas entdeckt haben. Irgendwelche Ruinen oder sowas, ne? Da ist es auf jeden Fall... Hä? 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 Hör auf! Oh, wie der Protektron einfach mal protected. Finde ich nicht gut. Auf jeden Fall haben sie uns darauf gebracht, dass hier was ist. Dankeschön, Protektron. Äh, da können wir nämlich jetzt das Dreischneidige Gewehr auf die Vier machen. So, was wir vorher das andere hatten. Und gehen dann einfach da mal rein. Depot der Nationalgarde? Ha. Da dachte ich eigentlich nicht, dass ich das finde. Aber erst machen wir uns das hier. Und da haben wir eine A-Klammer. Das ist gut. Dimpact ist gut. Dann haben wir hier ein Sturmgewehr. Das kann mich mal. Und Schrotpatron, egal. Hauptsache, die anderen haben es nicht. Jo, so assig sind wir. Und dann gehen wir erst mal hier hin und gucken, ob hier hinten noch was draufliegt. Die Protektron haben durchgehalten. Naja, Protektron sind eigentlich nie so gut gewesen. Ich komme hier nicht hoch. Oh doch. Wehe das nichts. Die sind alle leer, Dogmeet. Töte mal den Wagen hier. Warte, ich mache das gleich. Ich haue ihn gleich tot. Einen Wagen tot hauen. Das ist natürlich auch total richtig. Ich habe auch Gefühle, so ein Wagen. Ich habe Chaos immer noch nicht geguckt. Muss ich mal machen. Ich bin nicht so schnell mit den... Obwohl ich Pixar liebe. Aber ich muss da Lust drauf haben. Munitionssachen sind nie leer bei dem Spiel. So. Jetzt haben wir ein bisschen Spaß, indem wir das hier machen. Wow. Das war das Ficht da vorne. Hä? Hä? Geht das nicht? Oh doch, jetzt. Hä? Wieso explodiert das da hinten? Wieso explodieren nicht die hier? Das verstehe ich nicht. Erzählt mir das einer. Warum muss ich jetzt ein Simpack nehmen? Geht's dir gut? Blödes Teil. Blödes Teil. Hier macht alle keinen Sinn. Schnell den Müll. Und der ist explodiert. Ach, natürlich. Natürlich. Der neben mir explodiert. Ach, alle Scheiße. Wo wir da hinten hingehen, gehen wir jetzt wirklich zur Nationalgarde. Zum Depot der Nationalgarde. Ha. Ob das wichtig ist? Ich meine, bei dem Spiel wird man manchmal überrascht. Coca-Cola und los geht's. Lichter. Warum kann nicht mal wieder was Nettes kommen? Achso, das sind nur Roboter. Schon gut. Da kann sich auch da rundherum kümmern. Eine Lunchbox. Joa, habe ich ja jetzt mitgekriegt, dass ich das brauche. Warum ist mein... Ich verstehe Computer nicht. Es ist doch gerade nichts los. Warum ist die FPS so schlecht? Ja, mach. Mir ist so egal. So, schön viel eingesammelt. Oh. Hm, entweder war hier jemand, der ein Familienvater war. Guck mal, wie gut das aber noch erhalten ist. Naja. Äh, was wollte ich sagen? Entweder ein Vater oder einer, der Autos mag. Ja, feindliches Ziel entdeckt, mein Arsch. Wo bist du denn? Ihr redet alle durcheinander. Ich bin... Lasst mich mal in Ruhe. Oh, hier darf ich nicht schießen. Oh, 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 warte, warte. Das ist jetzt gefährlich. Okay. Ich dachte, ich habe... Ich hätte die getroffen. Und... Bäh! Hä? Nein, ich wollte doch eigentlich gar nicht... Ich wollte doch eigentlich gar nicht... Mach, Roboter. Hallo. Ja, mach du das. Thanks. So ein Scheiß. Brrrr, ein Hund hat mich kaputt gehauen. Gut gemacht. Ähm... Ich dachte, er explodiert oder so. Aber scheinbar nicht. Hä? Schade, dass es so Kleinigkeiten nicht bringt. Ich weiß, Strategiespiele will ich aber jetzt nicht. Ach, da! Niemals aufgeben! Mr. Gutzi! Äh... Na, was sollen wir denn mal weghauen? Die Arme... Ich gebe... Ach, jetzt muss ich wieder hier mitmachen. Beobachtungssensor... Der Werfer... Die Kampfsperre... Hehehe, warte. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ähm... Das habe ich jetzt nicht gesehen. Du mich auch! Das bringt ja gar nichts. Warum bringt das nichts? Finde ich nicht gut. Ich nehme die Rache jetzt. Ich dachte, es bringt mehr. Und... Beobachtungssensor, Beobachtungssensor... Auch geht nur so. Niemiemiemiemie... Voll ins Auge! Ach ja. Diese 200 Jahre hier alle... Wie tief sie gefallen sind. LOL! Immer noch! Ja, sofort! Was... Darf ich mich erst mal hier ein bisschen umsehen? Mr. Gutzi hat nämlich Feuer immer noch. Der ist tief gefallen. Da gehen wir noch später hin. Hört doch mal auf, mich anzulabern von der Seite. Wenn ihr mich nicht angreifen würdet, dann würde ich euch auch nicht töten. Das ist wie beim Altersheim. Weil ich mir denke, ihr werdet doch so bald sterben. Dann tut es mir immer leid, wenn ich euch dann töten muss. Ein Messer. Hier ist ja nichts drin. Wer hat das alles genommen? Wenn hier so viele Roboter sind. Äh, äh, warte. Vielleicht komme ich da hoch. Ne, komme ich nicht. Ja, okay. Gehen wir halt anders. Geht's dir gut? Geht's dir soweit gut? Die Hunde, die Bombe, die... Mein süß... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das scheiß Geschütz. Zielship. Wie wir den Ship da fast genauso gut treffen. Bam. Du konntest nie mehr zählen. Nie wieder zählen. Lol. So. Die Zelltür. Oh, ich bin unter der Zelle. Dogmeat. Ja, okay. Der kommt so klar. Was ist das? Hier kommt die Musik her. Ach, irgendwo steht wieder das Radio. Und geht durch die ganze Wand. Das muss ja nervtötend sein, wenn du hier schlafen möchtest. Na, dann wiederum bist du ja im Gefängnis. Aber sieht auch gar nicht so schlecht aus. Dann wiederum sechs Leute. Eine Toilette. Ein kleiner Raum. Das kann entweder ein Fetisch-Porno werden oder... Was ist denn hier los? Was fängt denn hier schon wieder an, drum zu nerven? Ach, Mann. Ist das... Ist das hier. Das würde ich zum Beispiel cool finden. Würden sie sowas machen. Oh, guck mal. Ein Besen. Das ist ja ganz selten. Wie cool ist das denn? Will ich mithaben? Den will ich wieder noch zu Hause. Ach, shit. Geht aber nicht. Dass man zum Beispiel dann sowas macht. Hier. Bäm. Die FPS ist immer richtig runter, weil das explodiert. Was fällt denn da die ganze Zeit runter? Ach, Kevin Linehouse 2. Und dann da vielleicht irgendwie was freigestellt. Also so, was eine Wand durchbricht und ein Geheimnis halt. Das ist nicht toll. So, ing. Nein, ing ist es schon mal nicht. Das heißt, äh, Difficult. Könnte sein. Jo. Lange nicht mehr gemacht. Was haben wir denn hier? Management. Äh, Geschützsystem. Deaktivieren. Systeminformation. Ja, voll langweilig. Äh. Ich könnte hier wieder hoch, aber wir gehen einfach mal hier lang. Er ist immer noch am rumknurren. Sind wir hier am Anfang jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, hier ist der Gatzi. Ich weiß wieder, wo ich bin. Haha. Er ist runtergefallen. Bleibe ich immer runter. Warte, Gott. Ihr hört das wirklich nicht. Ihr seid echt schlecht. Ihr konntet ihr 200 Jahre überleben. Nee, ernsthaft. Der ganzen Zeit ist da keiner hingegangen und hat die einfach mal kaputt gehauen. Da ist doch noch was drin, ne? Ich sehe das doch. Achso, nur Whisky oder so. Oh, Tesla und me hier. Ihr nervt so dermaßen. Ich bin froh, wenn ich hier draußen bin. Oder wenn ich euch erst mal erschossen habe. Wie bei Babys. Man muss ja schießen, damit sie ruhig sind. Ich weiß, einige Hippies sagen sowas wie, man kann auch einfach sie stillen oder sie wiegen oder nett zu ihnen sein. Und dann denke ich mir, pff. Ich dachte, ich hätte jetzt die Tür sehr schwer. Diese Tür wird von woanders gemacht. Okay, wir wissen, was wir vorhaben in diesem Dungeon, in dieser Sache hier. Bin gespannt. Gut, gut, gut. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Also, wo geht's lang? Du erst mal. Danke. Geh doch einfach hin und mach ihn tot. Oder nicht mehr funktionierend. Ich habe eine Kaffeetasse gerade aufgehoben. So sehr bin ich schon genervt. Nicht vom Spiel an sich, aber einfach nur davon, dass ich nicht mehr wirklich einsammeln muss oder will. Ach, Mann. Geh da mal rüber. Ja, ja. Ich versuche dich gleich ab. Ja, ich suche dich. Wir sind zu dumm zu kapieren, dass andere schon gestorben sind oder kaputt gemacht worden sind. Okay, okay. Hoch geht's. Da. Dann wollen wir mal nach oben gehen und gucken, ob unser Hund da ist. Muss ich da rüberspringen? Na, hier wird es einfacher sein. Hä? Radiation? Radiation? Oh, hi, Dogmeat. Geht's dir gut? Ich weiß gerade nicht ganz genau, wo ich lang muss. Ach, hier oben. Nein. Hä? Wo geht's hoch? La, 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 la. Hier ist nichts mehr. Nicht hier hoch. Nicht da hoch. Ich bin so verwirrt. Hä? Wo geht's denn hier runter? Ach so, da, da war er von der anderen Seite schon. Frames, bitte. Oh. Hm. Hm. Kaffee. Kann ich aber auch nicht mitnehmen. Feindliche Sachen entdeckt, würde ich mal sagen. meine waffe ist nicht so gut gegen dich aber jetzt kann ich mal ich will jetzt aber wir können hier aber mal granaten benutzen nein kommt zurück wer noch weg fliegen wollte das muss es gewesen sein der war also der ganze drum gelabert hat was ist das die mal kurz weg je mal kurz weg dankeschön ok hat sich nicht gelohnt oder daneben sind sie eine ganze was soll's